ja ich habe auf jeden fall gerade gelevelt guck mal wer will tatsächlich mit uns reden also was ich will etwas versuchen und dachte ihr würdet vielleicht gerne daran teilhaben wir haben uns beide geirrt was ich mit gerechtigkeit getan habe war unnatürlich es hätte niemals geschehen dürfen was bedeutet das gibt es irgendeine möglichkeit es rückgängig zu machen ich habe die letzten drei jahre damit verbracht die methoden der magister aus der winter zu erforschen warum überrascht mich das nicht sie sind die einzigen die jemals versucht haben die besessenheit durch einen geist rückgängig zu machen anstatt die opfer einfach zu köpfen ich glaube ich habe eine formel gefunden um gerechtigkeit und mich wieder voneinander zu trennen ohne dass dabei einer von uns stirbt welche risiken gibt es ist das gefährlich magie wirkt immer gefahren aber ich glaube es ist den preis wert ich will nichts damit zu tun haben das ist schon mal gut das schon mal gut ja das wäre meine nächste frage gewesen ich wusste ihr würdet mich dabei unterstützen selbst wenn was nicht was ich habe nahezu alles gefunden was ich brauche aber mir fehlen noch einige spezielle zutaten ich hatte gehofft ihr könntet mir bei der suche nach ihnen helfen na klar es geht um ein pulver das in tewinter selapetree genannt wird sowie eine kleine menge dragostein dragostein was ist dragostein winter hat ihn für seine drogisten abgebaut in der knochengrube müsste es noch immer einige vorkommen geben mich verarscht ich komme grad von da ok wisst ihr was wir holen jetzt erstmal alle quest hat keinen sinn irgendwie das andersrum zu machen selapetree wo finden wir selapetree es ist ein kristall der sich aus konzentrierten exkrementen und urin bildet wow können wir es nicht einfach irgendwo kaufen die magie hier verwenden es nicht es gibt also keinen grund warum ein händler es auf lager haben sollte ich schlage vor wir durchsuchen die kanalisation nicht weit von hier in der dunkelstadt gibt es einen eingang erzählt mir von der formel es ist einfach nur ein trank mehr ist für dieses ritual nicht nötig nein es gibt kein ritual man vermengt einfach nur die zutaten und schon sind gerechtigkeit und ich frei dann können wir unseren rechtmäßigen platz unter den freien magiern einnehmen und du trinkst also pipi und kacke kein ding es küsst dich nie wieder kein molch auge wir suchen aber nicht nach jungfrauen blut oder der zunge eines gehängten oder so etwas richtig nach ihr kennt doch dieser kerl aus der winter ohne ein oder zwei menschen opfer können sie nicht einmal eine winters endfeier veranstalten aber ich hoffe dass meine nachforschung nicht den geringsten hinweis auf blut magie ergeben haben okay ja verhindriss kack dich nicht ein okay mensch was jetzt wollen wir den von dem dämon befreien finde auch nicht gut was haben wir denn da hinten aber die quest haben wir ja schon trotzdem meiner besitzer muss ein frischlicher mann gewesen sein ein was wir sind nicht alle so wie er geht weiter ich verstehe das doch nicht wenn mir so laut ist und keine von ihnen würde jemals zum opfer eines dämons werden oder blut magie ich kann man nicht reden wieso versuchst du es denn dann immer wieder ich meine deine versuche in allen ehren aber okay da müssen wir also für solche dinge rein haben wir aus wehen die mit dem wir nur reden können und wenn wir denn da stehen slavenhändler schon wieder jetzt er alle drei level aufgestiegen schön dann kommen wir jetzt auch noch leveln so guck mal und hier ist eine todeswurzel rein was aber an der kiste nehmen wir auch kein ding kann ich hier unten so eine pflanze auch sind wohl immer woanders keine ahnung okay die haben wir auch so sagen wir mal hier noch irgendwelche pflanzen die wir übersehen könnten kommt mir irgendwie bekannt war der junge aber wahrscheinlich haben wir sein charakter der modell schon ein paar mal gesehen ich frage mich wir fahren mit was ist denn nix morgen knackig vielleicht ein paar schädel dann ist zahltag denn welches wo haben wir denn in der richtung hier hinten rum und dann wir wissen welches quest das ist kanalisation ach so das war gar nicht ja ich hab's verstanden ja du vielleicht hier unten waren wir nämlich noch gar nicht ha hier ist auch überhaupt gar nichts hahaha toll gut dann gehen wir wieder hoch dass hier auch alles so gleich aussieht ne ich will das nicht machen dann müssen wir immer hin und her rennen wo müssen wir vielleicht für noch was anderes in die kanalisation keine ahnung Fenris möchte aber nicht mit da runter nehmen ich glaube ich werde müde das ist nicht so gut okay aber wir rennen hier jetzt eben nach oben gucken ob wir noch irgendwas finden diese dreckskalen hier ist aber tatsächlich nichts mehr wir haben alles na gut wir waren hier auch schon lange nicht mehr ne okay wir gehen zu den docks wieso ist es jetzt nacht wann ist nacht geworden keine ahnung wenn wir hier kein quest haben was wir nicht tun dann was das denn da warte das müssen wir jetzt noch angucken hier sind jetzt ja hier hat die kirche überall fahren aufgängen das ist ganz toll oh Fenris äh Fenris wieso sag ich jetzt immer Fenris wenn ich Verricks sagen würde kann mir erstmal jemand sagen was was ist er tot ne jetzt der Fenris rennt auf jeden Fall die ganze Zeit ein bisschen hin und her was ist das da das war doch vorher noch nicht da oder ich habe gerade gegen einen drachen gekämpft und gesiegt ihr könnt ihr seid ihr könnt mir gar nichts okay außer Heiltränke geben das könnt ihr gerne machen so jetzt will ich mal eben da umgucken und dann will ich gucken was das für ein Statue ist plant ihr hier eine neue Kirche oder was soll das werden naja was ist das wow der hat ja deshalb sehe ich ja jetzt erst dass der der hat ja den Fuß auf einem kunari Kopf wer baut denn sowas furchtbares mein ja diese kunari waren schon böse und so aber ja so wie nicht alle magier böse sind sind auch nicht alle kunari böse mein kunari schon ich weiß wohin dann ist ja oben was nein na gut ich renne jetzt noch einmal durch die Docks beziehungsweise ich werde jetzt einmal leveln die Leute hier und dann renne ich durch die Docks mit euch und dann werde ich wahrscheinlich auffallen für heute so dann äh lass uns mal hier durchlaufen warte so gehen wir erstmal in diese Richtung und gucken was wir hier so finden wahrscheinlich ein paar Kämpfe sieht jetzt schon ein bisschen anders aus ne sind da hinten noch die komischen Leute? Nö sind jetzt andere komische Leute ach ne sind komische Leute da aber halt andere komische Leute wie ich es gesagt habe kannst du bitte angreifen jetzt und nicht in der Mitte von allen stehen das wäre toll warte wo sind noch welche? Hier hihihi sieht ein bisschen so aus für die Möbel eben mit dem mit ihrem Stab pieksen hihihi hihihi hier kommt ein neuer hast du nicht gesehen dass der dass der dich angreift? ein ein wo denn? ach da ja gut ach schön die geben uns so viel ja ja ich dachte jetzt ich dachte kurz ich hör nen nennwurz ich bin grad sehr verwirrt eine Truhe nehmen wir ein Schwert und so mehr ist hier nicht hat hier noch wer was dabei gehabt? nein ok schon dann können wir ja jetzt in die andere Richtung gehen Ich hoffe, wenn ich gleich dann aufgehört habe aufzunehmen, kann ich den Knoten aus meiner Zunge wieder entfernen. Verstehe, was die Statue bewirken soll. Beziehungsweise nicht bewirken, sondern was sie bedeuten soll, aber... Es gefällt mir nicht so gut. Hallo, guten Tag. Ja, wartet auf mich. Wartet doch auf mich. Ich bin auf dem Weg. Da sind sie ja schon. Da unten sind noch mehr. Wenn ich immer so vor den Spielen. Oh, hier ist noch einer. Warte, ich sammle mal erstmal hier, ja? Ihr kriegt das ja schon hin. Ein Heiltrank. Oh, hier sind ja noch mehr. Ich? Du bist tot, nicht ich. Meine Güte, war das aufregend. Ach ja, Merrill. Dass du das nach so viel Zeit mit mir immer noch aufregend findest, ne? Müsstest das doch inzwischen gewöhnt sein. Alles klar bei dir? Gut. Aber wir müssen auch Gämlen besuchen, fällt mir gerade ein, ne? Aber das können wir natürlich nicht hier machen. Weil wir sind gar nicht in der Dunkelstadt. Wir sind an den Docks. Die einfach nur der Dunkelstadt sehr ähnlich sehen. Ähm. Ich hab da was für dich, Merrill. Auge des Wartemann. Was haben wir denn da überhaupt? 37. Der ist auch cool. 15% Feuerschaden. Finde ich immer gut. Ich finde ihn gut. Oh, ich muss mal kurz ans Telefon gehen. Moment. So, da bin ich wieder. Der Mann hängt im Zug. Oder ist noch nicht mal im Zug. Wegen einem Notarzteinsatz. Wir wissen, was das bei der Bahn heißt. Ganz toll. Naja. Dann reden wir hier mal weiter durch und warten auf einen neuerlichen Anruf von dem Mann. Aber ich hör trotzdem gleich auf. Ich kann ja dann schon mal schneiden. Da waren wir jetzt hier schon überall, ja, ne? Oh Mist. Da muss er jetzt echt aufhören. Dieses Statuen. Ich finde es ganz furchtbar. Vielleicht gehen wir noch zu Gämlen. Was haltet ihr davon? Tja, konnte nicht antworten. Okay. Okay. Könnte doch gar nicht zu Gämlen, ne? Der Rickt. Gut. Dann gehen wir halt in die Unterstadt. Ich trinke doch noch. Warte doch. Ich habe noch eine Nachricht gekriegt. Ist das der Mann? Okay, ich habe mich hier umentschieden. Ich werde jetzt hier speichern und erst mal aufhören und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like, ein Kommentar oder auch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age 2. Wir sind wieder da. Und bevor ich jetzt irgendwo hinlaufe, das ist mitten in der Folge übrigens, ich weiß das, beziehungsweise ich kann schon mal loslaufen, während ich das sage. Ähm, ich wollte einmal Danke sagen dafür, dass ihr das hier schaut. Und, äh, okay, dann machen wir doch kurz Pause. Und ich muss sagen, äh, es gibt so manche Folgen, bei denen denke ich, da hast du ein total tolles Thumbnail gemacht. Das gucken bestimmt viele Leute und es gucken so zwei. Und dann sind es Folgen, wo ich denke, so, hm, in der Folge passiert gar nichts, schade. Aber, naja, gehört halt mit dazu. Und dann habe ich auf einmal so 30 Ausrufe. Also, ich finde das ganz seltsam. Aber ich freue mich jedes Mal sehr darüber. Und ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der das hier guckt und der das hier ein bisschen genießen kann. Weil, ähm, jo, dafür mache ich das ja, ne? Ich meine, ich mache das natürlich auch, weil es mir Spaß macht. So ist es nicht. Aber ich freue mich, wenn es euch auch Spaß macht. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Lass uns mal hier kämpfen. Von sie, wer ist sie doch noch? Ich habe keine Ahnung. Aber ist egal. Wir fehlen euch trotzdem. Oh, nein. Der ist ja noch gar nicht so weit. So, jetzt aber. Huch, wo ist der andere? Keine Ahnung. Wir nehmen den jetzt. Hallo? Äh, ja gut, nimm halt den. Warte. Achso, das ist Varric. Wo ist... Bist schon tot. Gut. Hallo? Hörst du auf damit? Nächster. Zack. Ach, da hinten stehen sie jetzt alle. Wir fahren mal hier auf der rechten Seite an. Um die kümmert sich nämlich noch keiner. Da war gerade ein Ruckel. Warum? Der ist ja explodiert. Wundervoll. Es war wirklich wundervoll, Varric. Wundervoller Schuss. Ähm. Warum greifen die uns an? Keiner von euch einen Heiltrank? Ich brauche Heiltränke. Habe ich das schon erwähnt? Naja. Okay. Wir sind auf jeden Fall gerade auf dem Weg zu Gemlin. Hier ist übrigens Gemlin nicht. Hier ist falsch. Nur falls ihr euch das gefragt habt. Aber das ist egal, weil hier werden wir angegriffen. Also... Lass das doch mal. Ah, das sind so die zwei? Okay, da unten sind auch welche, ne? Ja, ach komm, wir machen die kurz mal eben fertig. Hä? Die sind doch woanders. Ach so, ja, hier waren wir ja noch gar nicht, ne? Wir müssen mal eben gucken, was hier so Neues gibt. Hier, ein Streitkolben zum Beispiel. Ja, Moment. Hier ist nichts. Können wir hier neue Sachen lesen? Nein. Hier am Baum irgendwas? Auch nicht. Aber gut. So, hier war übrigens falsch. Ja, ich kenne mich voll gut hier aus. So, hier ist richtig. Hi! Was war das denn? Sehr gut. Wer war das? Keine Ahnung. Aber mach weiter so. Du? Da flog gerade einer voll aus dem Bild. Was? Du löst mich ab? Willst du nochmal gegen die Kämpfe? Oder wo hier? Ich war da oben hin. Mach den mal fertig eben. Genau. Nächster. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wollt mir Knöpfe abschneiden? Muss ihr verstehen? Ne, ne? Sehr gut. Sehr gerne, Varick. Aber du wirst dich nicht gegen uns stellen, glaube ich. Warum steht da oben der noch? Hallo? Was machst du hier? Du hast uns angegriffen, okay? Nur, dass es klar ist. Mal eben hier noch gucken. Mal hier eine Kiste. Okay, hier ist auch nichts weiter. Dann können wir ja zu Gämlen gehen. Was auch immer der für Probleme hat. Hallo Onkel Gämlen, Lieblingsonkel. Oder so. Es ist euch also gut ergangen. Mhm. Ich hatte so meine Zweifel, als ich euch das erste Mal gesehen habe, aber ich schätze, irgendetwas hatte dieser Hawk, mit dem Leandra fortgelaufen ist, wohl doch an sich. Er hat jedenfalls eindeutig eine wundervolle Tochter zustande gebracht. Eure Mutter wäre stolz auf euch. Der will doch irgendwas. Als ob der uns einfach so mit Komplimente überschüttelt. Jetzt mal ernsthaft. Ich wusste nicht, dass ihr mich mögt. Ja, aber ernsthaft. Onkel Gämlen, war das etwa ein Hauch von Zuneigung? Ich bin gerade ein wenig sentimental. Okay. Jetzt, wo Bethany in der Galgenburg eingesperrt ist, seid ihr alles, was mir noch an wahrer Familie geblieben ist. Ich habe lange Zeit gedacht, das Geschlecht der Amels in Kirkwall würde mit mir enden. Ich bin froh, dass ihr uns wieder aus dem Grab geholt habt. Hm? Was? Wird genauso unglücklich wie immer. Ich habe gehört, ihr habt euch diesen Abtrünnigen. ins Haus geholt. Ihr seid wahrlich die Tochter eurer Mutter. Ja, dachte ich mir doch, dass das nicht von Dauer ist. Dieses, äh, Gequatsche. Gämlen, hast du irgendwas, was zu uns schenken möchtest? Weil wir ja so eine tolle Nichte sind auf einmal. Leider nein. Und nicht mal ein Buch zu lesen oder so? Nix? Hm. Schade. Na gut. Dann gehen wir wieder, ne? Ich, äh... Vielleicht war er ja betrunken. Ich weiß es nicht. So. Gefährten. Wir müssen... Was? Ach du liebe, zahlt ja immer viele Sachen. Ähm. Ich weiß überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Wir gehen einfach weiter. Und gucken mal, was uns auf dem Weg so passiert. Ich denke mal, hier kommen jetzt noch die Seas. Die Seas. Wieso heißen die überhaupt so komisch? Ähm. Die Geräusche, die hier da draußen dringen, sind immer so fröhlich. Aber ich weiß einfach nie, was ich dort drin fühlen soll. Fröhlich? Äh. Ach so. Die Riege vom gehängten Mann. Das hört schon, ne? Ja, nehmen wir halt den nächsten und den. Und jetzt den da. Sehr gut machst du das. Wieso? Wieso? So gut wie? Hallo, kämpfst du jetzt mal weiter? Und danach hebt das da auf. Das da? Also, ist nichts Spannendes. Aber hier ist es auch. Der ist schon wieder einer explodiert. Immer noch keiner eine Nachricht oder so. Wir müssten die doch mal irgendwann ausmerzen. Naja. So, dann gehen wir noch hier umgucken. Oh. Was? Okay. Schön. Oder so. Hier ist nichts. Okay. Hier können wir auch nichts Neues lesen. Oh, guck mal. Hier ist Schutt. Mit Geld. Wieso ist hier Geld? Komische Sache, das. So, dann gehen wir jetzt wieder. Und, äh, ja. Ich weiß nicht. Gucken da mal, was wir als nächstes machen. Auf der Karte. Was haben wir denn hier noch? Hier. Oh. Ich wollte da gar nicht. Gut. Wir machen dieses Quest als nächstes. Ich wollte gar nicht hier draufklicken. Was haben wir denn hier? Wariel Krenmord. Wariel Krenmord. Was ist das? Wariel Krenmord. Krenmord. Nunko möchte, dass du einen berühmten Elfischen Meuchelmörder aus Antifa zur Strecke bringst? Frage Wariel im Lager der Delish, wo er sich versteckt. Ja, gut. Dann machen wir das. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Wieder. Insofern, äh. Ja. Passt das so. Eine Falle. Oh, das war mal knapp. Ähm. Der bewegt sich am ehesten, ne? Dann machen wir die Falle zuerst. Okay, jetzt die. Sehr gut. Alles erledigt. Der seid ihr? Einfach nur Dieben? Huch, da sind noch mehr. Anführer? Nee, warte, wir nehmen erst mal den. Du bist tot, nicht ich. So. Was hat denn der Anführer? Eine Notiz? Silbernenholzringen. Ein Geschenk. Okay. Andenken an die Delish. Ah, ja. Okay. Ich weiß dann, wem wir das geben. Hat er den hier geklaut? Leben die Leute noch? Die Elfen, die hier wohnen? Was? Glaube ich schon. Wer ist eigentlich Bianca? Meine Armbrust. Sag Hallo, Bianca. Aber warum Bianca? Ihr müsst sie doch nach irgendjemandem benannt haben. Nein. Mirabelle war schon besetzt. Mirabelle. Finde ich beunruhigend. Hey, ich verhalte mich absolut korrekt. Zumindest in der Öffentlichkeit. Ja, das muss auch reichen. Werbek finde ich auch. Wir haben die aviag... Ach du liebe Zeit. Avianischen Schriftrollen. Dritte Gruppe. Die erste Schriftrolle enthält Zeichen aus Rivain. Rivain. Rivain, habe ich immer gesagt. Ähm. Er war unser Held gegen Parvollen und wir hatten Ehrfurcht vor ihm. Vielleicht war das unsere... Vielleicht war das unser Fehler. Eines Tages veränderte er sich und sah uns als Diener, nicht als die, denen zu dienen er sich angetragen hatte. Und dann wurde er infiziert. Wir brauchen ein Siegel, Scholar. Im Glauben eurer Wahl. Der Preis wird bezahlt. Die zweite Schriftrolle ist ein Pergament. Schrift und Stil archaisch. Aber die rote Tinte scheint irgendwie immer noch feucht zu sein. Ähm. Okay, das ist gruselig. Durch Binden eines Symbols kann kein Fläschchen dicht halten. Drei von dreien verdarbst du einen Mann, den andere erhoben. Ich ergebe mich nicht, muss ich dir auch das Gesicht zuwenden. Die Wahrheit wird dich halten oder wir erschaffen eine neue Wahrheit. Die zweite Schriftrolle endet mit einer grob skizzierten Karte und einem roten Handabdruck. Der kleine Finger fehlt. Haben wir jetzt irgendwie was da neu? Die Karte? Wo ist die Karte? Wir haben hier aber keine Karte, ne? Nö. Hm. Okay. Nehmen wir mal so hin. Hallo, guten Tag. Ich bin's. War ja wahrscheinlich das letzte Mal vor drei Jahren hier. Sind die mehr geworden? Wieso stehen die ja alle so komisch? Naja. War ja. Grüße, Champion. So nennt man euch doch in der Stadt richtig? Jupp. Habt ihr ein Anliegen? Äh, was? Eure Augen sind unglaublich. Äh, äh. Hä? Wieso kommen wir denn jetzt auf einmal? Okay. Ähm. Wie geht's denn Dalish? Ihr könnt mir nicht helfen. Doch, können Sie wohl. Wie geht's denn Dalish? Ich wollte nur wissen, wie es eurem Clan geht. Ganz gut, angesichts der Umstände. Wir hoffen, dass einer unserer Schwesterclans uns bis Ende des Jahres einige Halle abgibt. Das ist schön. Äh, war noch nicht fertig. Grüße, Champion. So nennt man euch doch in der Stadt richtig. Ja. Ja, ja. Habt ihr ein Anliegen? Ich würde das gerne sagen, einfach nur, weil ich's kann und mich das so verwundert. Aber ich bin wegen des An-Äh-Tiwanas hier. Ich habe gehört, dass sich ein Verbrecher bei den Dalish versteckt. Er ist nicht hier. Der von euch gesuchte Verbrecher ist in einer Höhle abseits unseres Lagers. Okay. Danke. Er hat gesagt, dass man nach ihm suchen würde und wir sollen jedem erzählen, wo er sich auffällt. Äh, äh, äh? Er gibt sich freiwillig. Verstecken. Hä? Verstecken ist nicht seine Stärke. Ihr lagt uns in einem... Er gibt sich freiwillig. Nicht einfach, so. Warum sollte er das verraten? Er will unser Volk nicht gefährden, indem er uns bittet, für ihn zu lügen. Das ist nett. Das erwartet man nicht gerade von einem grausamen und bösen Mörder, nicht wahr? Er wird in der Höhle auf euch warten. Viel Glück bei dem Versuch, zu ihm zu gelangen. Danke. Seltsam. Warum sollte der Meuchelmörder wollen, dass die Dalish seinen Aufenthaltsort verraten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mich interessiert die Antwort auch. So. Was hast du denn so zu verkaufen noch? Ihr seid zurück. Braucht ihr irgendetwas? Hm, erzähl mir von... Achso. Okay. Ich brauche im Moment nichts. Natürlich. Voll genervt. Hier, da will ich's hin. Da will ich's hin. Ja, so redet man. Ach du liebe Zeit. Ich habe ja ganz viele Sachen hier. Okay, ich muss mal eben aussortieren. Bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020